Und jetzt werden wir sportlich und zwar motorsportlich. Wir stellen Ihnen eines der größten deutschen Nachwuchstalente im Motorradrennsport vor. Der Geiger aus Mannheim, 17 Jahre alt und er hat Benzin im Blut bzw. er kriegt auch Kurvenschräglagen hin, bei denen wird anderen wahrscheinlich eher schlecht und schwindlig. Er startet nämlich in dieser Saison zum ersten Mal in der Moto3, also der Klasse bis 250 Kubikzentimeter. In Katar hatte er sein erstes Rennen. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist. 29. sind Sie geworden. Wie war das erste Rennen? Ja, es war ein unglaubliches Erlebnis, da ein Traum für mich wahr geworden ist, dort zu starten. Und die Kultur und auch die Einblicke dort waren einfach unglaublich. Aber Sie mussten sich natürlich erst mal irgendwie auch auf den Rennsport konzentrieren. Zum ersten Mal gestartet in dieser Grand Prix Klasse 250 Kubikzentimeter. Wie war dieses Erlebnis? Ja, es war wie ein Traum eigentlich. Also ich habe es gar nicht wahr gehabt, dass es passiert ist. Und auch mit den anderen Moto3-Fahrern dort zu fahren, war sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt und habe das dort auch sehr, sehr gut umgesetzt, da ich mich kontinuierlich verbessert habe. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit der Saison? Motorrennsport ist auch vom Coronavirus betroffen. Was ist da der aktuelle Stand? Ja, also erstmal an alle Menschen, die am Coronavirus betroffen sind, erstmal gute Besserung. Und ja, bis jetzt ist noch gar nichts sicher. Ich weiß noch nicht, wie viele Rennen ich fahren werde. Und daher werde ich mal gucken, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall werde ich viel trainieren und versuchen besser zu werden und schneller zu werden bis zum nächsten Rennen. Dass Sie besser und schneller werden, ich weiß nicht, ob da noch so viel Luft nach oben sein kann. Wir sehen hier ein paar Bilder von Ihnen auf der Maschine. Wie sind Sie denn überhaupt zum Motorrennsport gekommen? Wie kam diese Leidenschaft? Ja, die Leidenschaft kam eigentlich über meinen Vater. Er hat mich dann sozusagen immer zu allen Rennstrecken mitgenommen und die Rennstrecke war sozusagen mein Zuhause. Und da bin ich dann sozusagen reingewachsen. Ja, also ich meine, ich bin selbst ja auch Motorradfahrer. Ich muss auch sagen, so sich richtig schräg in die Kurve legen, das kostet am Anfang Überwindung. Machen Sie sich da eigentlich noch groß Gedanken oder ist das so völlig schon ins Blut übergegangen? Ja, das ist eigentlich schon ins Blut übergegangen. Also ich mache mir eigentlich über andere Dinge Gedanken und wie ich halt alles verbessern kann, wie ich mein Fahrstil verbessern kann und wie ich auch das Motorrad anders bewegen kann, dass ich schneller werden kann. Und da mache ich mich eher mehr über die Dinge Gedanken als über so Dinge wie jetzt, oh, Schräglage, was passiert jetzt so in der Art. Und auch ganz knackig, worüber machen Sie sich in der Freizeit Gedanken, wenn Sie nicht gerade auf dem Motorrad sitzen? Ja, also nur mit eigentlich Training. Ich trainiere sehr, sehr viel, versuche mich immer körperlich ein Stück weiter nach oben zu bringen und natürlich auch Schule. Da habe ich eine sehr, sehr tolle Schule, die dann auch mich unterstützt und mich für alle Trainings und Rennen freistellt. Ja, wir drücken weiter in die Daumen. Das ist sicher eine spannende Karriere, der Geiger. Alles Gute für die Zukunft.